haju pass auf das ist hier kein spiel du bist jetzt gefickt das war einer zu viel 100.000 gegen dich moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und willkommen mal wieder zu let's play together GTA 5 jetzt live kommentiert und im montag ja keine karriere am 6.000 dollar am start 6.000 dollar und ihr habt richtig guck ein schwein pferd am steuer essen essen ups sorry jo ich hab mal gedacht ich nehme mal die schweinsmaske dann kann ich nämlich die überfälle besser machen nämlich da wird man nicht erkannt von den läden zumindest so gesagt habe ich da bei diesem kostümverleider gekauft von der ist einfach die lustigste maske von allen stirbt na toll die brunzen die brunzen die brunzen hauen ab die brunzen die muss man mal schön knüppeln bleibt stehen what the fuck hier schön am joint rauchen oder was hier du kleiner joint raucher joints sind verboten hier oh wir sind jetzt an der einsatzzentrale von gruppe 6 das ist diese security unternehmen wo es gepanzerte fahrzeuge gibt nur ich sehe hier keine gepanzerten fahrzeuge aber ich weiß dass ich jetzt einen stern habe und gleich habe ich ein richtiges problem so den knüppeln wir auch noch hier das gibt es gut schon daher 16 dollar nur ich darf nicht von der polizei entdeckt werden das wäre natürlich katastrophe so aus hier radio aus und schnell weg hier gott ja toll die brüllen sind so schnell die bullen holen mich noch wie darf millionen und dixi klo cool da vorne genau wir machen jetzt mal gleich ein überfall überfall in einem sogenannten laden spirituosen laden so und ihr seht schon mein geld ist gewachsen 149.000 dollar ich glaube bis spätestens mittwoch werde ich hier mit dem flugzeug rumfliegen das werde ich mir natürlich dann kaufen so vor mir ist ein punkt keine ahnung wer das ist solange der mich nicht töten will ist alles gut so los geht's pistole raus umgucken porno hilft ihnen angucken und so überfall gib mir dein geld ah stirb stirb du hobbit soll ich das machen hier geld nehmen oh oh da draußen ist jemand ich glaube der will mich töten digger was will denn der von mir nein bitte nicht lass mich am leben nein ich wurde von aurel 62 der hat mich umgebracht respawn respawn schneller mist wie mich das aufregt Leute da muss dieser franzose kommen und mich töten ja mein gott das gibt's doch gar nicht so eine froschhenkel fresse 149.000 dollar naja mein gewinn ist weg wegen diesem franz sacken aber da kann man nicht viel machen ich sag auf jeden fall ciao der kriegt mich auf jeden fall nicht ah scheiße wie verlassen ja 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 komm 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 hä hä schnell verlassen gott sei dank das war schnell aber jetzt gehen wir in google rein google weniger als 500 megabyte speicher so wo ist google 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 so google und jetzt gucken wir mal auf meinem kanal der junge zocker was denn what the fuck ist denn das alter leck mich doch am arsch ich würde eigentlich nur auf meinen kanal ja so schnell kann das gehen von gta 5 zu google machen wir noch mal einen kleinen quick check hier search und hoffen dass wir mich finden was zur helle ist denn das jetzt bin ich jetzt nicht mehr auf google oder was internet suche hm oh ich komme schon blöde ps3 jetzt aber scheiß ps3 hier so google jetzt funktioniert jetzt können wir nämlich auch auf meinen kanal gehen der junge zocker hat nämlich irgendwie nicht funktioniert weil dieses blöde google weil dieses blöde google play erschienen ist oder was das immer war ja 491 abonnenten und noch 12.000 klicks leute hier seht ihr auf meinen offiziellen kanal und jetzt könnt ihr auch offiziell mal meinen posteingang einsehen den vielleicht ein paar leute interessiert dazu muss ich leider zur videomanager gehen und dann seht ihr die ganzen videos nochmal von der junge zocker jt oder von youtube gamescom so das ding mal nach oben posteingang da sieht man sogar noch ein spiel was noch gar nicht auf youtube verfügbar ist ein mona war vor zwei gameplay was auch wahrscheinlich niemals auf youtube erscheinen wird gucken uns das kommentar an meine geilen psn playstation 3 freunde ich bin online aber ich kann meine freunde nicht sehen warum das kann ich auch nicht meines lebens ist zurückgeriege das jetzt ein harter gelaber aber suche ein anderes hobby what did i just watch it what for watch it ich sage auf jeden Fall ciao Leute bis dann ciao